Wir sind schon klar, ready for take off. Was ist denn los hier? Wir starten, wir fahren los. Aua, ich habe mir gerade weh getan. Dieses Plastikteil, ich halte die Hand raus, ein kleiner Vollgegen. Geil. Wir haben jetzt Effekte ausprüfen, warte mal. Aber Kürbis ist dann alles egal. Ich könnte jetzt ohne Stütze berühren und mir die Hand abpacken. Aua, das war's jetzt egal. Das ist voll gefährlich. Aua, Alter. Der ist weg. Ja. Aua, Alter. Ja, mal, weil ich hier eine Show einlager gerade bekomme. Aua. Boah, war das jetzt eine lange Fahrt. Hier wird noch manuell eingeparkt. Aua!